Da ist keine Angel drin Ach ne Ich habe dir gerade noch ein Inventar Weil Okay Kannst du auch was zuerst machen mit dem Fleisch Weil da kein Platz Aber wir brauchen Salz, dann können wir aus dem Zombien Jerkies machen Okay Salz Angel ist jetzt drin Dieses Fass verhungern Ne Kann der Scheiß Regen nicht endlich mal aufhören Könnte ja Wenn er wollte Könnte er ja wenn er wollte Hm Aber will er ja nicht Ob ich doch richtig gehört, dass hinter mir eine Spinne war eben Kaum kleine Fische Warum habe ich nur dieses What the fuck boom gehört Wo waren hier doch Schafe Ach da Sind sie ja Irgendwie schwebt die Angel weiter oben Ihr sollt Fleisch geben, her damit Hey Geil Zeile Ja da kommt noch nicht Bin hinter mir mit einmal Was habe ich denn hier Eine Wargooper Egal Scharf Normal aber sie geben die Schafe auch Gleich aber irgendwie Ja aber vielleicht hier nicht Doch eigentlich ja Das Essen gibt ja auch super viel hier ne Ja ja Das Essen gibt ja auch super viel hier ne Deswegen muss man verschiedene Sachen essen Deswegen gibt es auch so viele Rezepte So wirklich richtig viele Rezepte Ich verstehe nicht warum wir keine Dinge kriegen Hm? Keine Seeds Keine was? Keine Seeds Getreide Seeds Weiß er nicht Ach nee Du kennst doch diese komischen Dinge Wo immer mehr Sachen drin sind Hm? Ich glaub die kriegst du nur da raus Welche komischen Sheet Ich verstehe die was du meinst aber ist gut gell Es gibt extra so ne komischen Büsche Da kommen immer mehr Sachen raus Was haben wir denn hier Babybushes Oh cool Die nehm ich mal mit Oh cool ist kaputt gegangen Oh Wolle Ich kann mir ein Bett bauen Ja Ich hab auch grad Wolle geholt Ich hab insgesamt sieben Wolle Ich hab kleiner Mini Zombie Alter was das Oh was war das Oh Zombie wo kommst du denn Ich hab den Du musst ja einen Tonlauter machen ey Autsch Ich hab nur what the fuck gehört Und eine Intermission Kübra explodiert Wenigstens spawn wir jetzt hier Ah ich muss gucken Äh Oh 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 Ähm ich komm wieder Wieso? Achso dein Essen Da ist er weg Da ist er weg Oh man Und er steht da einfach mitten in der Gegend rum Ist klar Flash So wie immer Also was sind Sachen Hier ist das Loch vom Creeper Hier ist das Loch vom Creeper Da ist er über dem Pet hingestellt Ich weiß das nicht So Tack dass du noch einer macht es noch nicht mal nacht richtig okay ich glaube fünf minuten länger nicht hätte baubare schwarze jetzt gab es jetzt muss ich mal zu einem punkt hin gebaut gehabt nein ich bin gestorben gerade vom zimmer ja brauchst du auch nicht mehr habe ich gerade gemacht das bett war dieses ersten problem gleich übertreiben ja wie immer weißt du doch immer passend zeit auf zu regnen endlich ich wieder das noch alles klar ich darf nur nicht so weit laufen dass ich mich verlaufen so ein bisschen bambus hast du einen großen abgehertet ich mach mal gerade mal genäht an der effizienten boden wieder hallo klickst du da mal drauf? da kommt die scheiße irgendwo hingeflogen hier ganze vertrabelsvoll beamer an fire gehoot oh ich bin vergiftet cool hm was schwebt denn hier am baum ne chestnut warum sind die länge denn so selten? wollt ihr mich verraschen? äh 4 fps hab ich eigentlich ja auch 116 hups ah ich bin gestorben cool ach so lichtsäule sieht man ja cool hm 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 jetzt haben wir jetzt noch pülze ein fisch hehehe ein schwimmender fisch im wasser ja ich weiß fische schwimmen immer im wasser aber ich hab nix gesagt ja aber gedacht ich kenn dich doch klar wie dumm kann das nur sein ach da garden oh ich hab was gefunden was denn ähm zucchini und candeloup auch was zu essen zum ansetzen fahr anpflanzen also bei mir bleibt die lichtsäule bis ich das ding gefunden hab ja ja bis du es dann rausgenommen hast dann gehts weg so läuft das also ok cool kann ich die chestnuts da kann ich den kuchen raus machen ok oh schokolade was man kann chestnut oh geil man kann bäume raus machen geil ich brauch ein oakwood leaf oh mein gott ich komm zurück man könnte man kann wir können hier ein chestnut also ich müsste chestnut ist glaube ich haselnuss oder walnuss mhm ach so ne nicht wundern wenn ich jetzt knusper ne ja weiß ich ja bei dir hm ich bin knusper hein ich bin nicht david hein ich bin knusper hein ahaha hehehe ich bin zu schlecht heute wieder ne naja wie immer ist ja nix neues also jetzt einfach nur seeds abgekloppt oder ne so ne garden was weiß ich sind so ne speziellen ok pflanzen wo dann mehr sachen raus ploppt immer so random weil man so random 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 was droppt ähm ja ich hab schon doch ein aug ja klar ouch ach diese scheiß dinger wo du schaden durchkriegst und wir müssen humus herstellen humus porno pupen ja humus jawoll chestnut baum chestnut baum weiiiiss es gibt ja diese scheiß grellen oh es geht tief runter die bäume die direkte in der base sind lasst sie mal bitte ja ja ich bin schon klar wenn es da ist ich sollte mal f3 wieder ausmachen also plant wir müssen jetzt mal gucken wie was man machen kann alles äh äh ne fisch wo ist der denn geblieben äh 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 gab es nicht pilzzuppen auch ja gab es das sehen wir noch ja pilze 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 was mit den augen hast du pilze gewonnen noch massenweise ok und die kannst du anpflanzen auf baumstemmen ne ja jetzt erstmal was zu essen wir brauchen immer noch wir brauchen noch eine kiste wo nur Futter drin ist weil die eine kiste ist schon wieder voll hab ich hier eigentlich ähm portobello sind auf pilze oder nicht keine ahnung doch Toadstool du hier ist voll klarer so ein schwum ein schwum salat aus dem portobello ein blumen milkcap und ein Toadstool ein toad pack mal zombie brands den auch rein die können wir ja mit salz verbinden ja ja klar du 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 hallo hallo wieder da äh bam ups ne warum leck das hat grad vorgeleckt deswegen habe ich so komisch hingesetzt ach leck mich äh äh wie das denn ne äh wie das denn ne eigentlich musst du diese auch anpflanzen können eigentlich eigentlich malerweise aber nur normalerweise oder ich muss man noch mal gucken wie das funktionieren soll ja das die essenskiste mhm ja ups hat mich viel da rein getan das mal hinlegen ich hab keinen bock auf nacht ne warte mal ne der geht nicht andere pilze mitgebracht ne hm guck mal ob du eine andere pilze mitgebracht hattest portobello habe ich mitgebracht gehabt die weißen hm ähm da ist das war das palms blubber wie wasches hm hier sind blubber wie wasches ok äh äh ja die darfst du so nicht abbauen ja die hab ich jetzt hier in Gold äh 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 ich sammle die mails einfach alle da ich sammle die mails einfach alle da ich sammle die einlanger stehen dann können die schön auswachsen ich weiß dass du die mit rechtsklick anklicken musst naja ja ja das ist ja bei vielen sachen hier so dass diese ernte mod mit drauf ist ist das das teil hier ne ähm hm geht da mit dem schnellsten keine ahnung ah nervig abbauen hm besonders wenn man hunger hat das ist das mir egal immer ja